In der indischen Hafenstadt Chennai erwarten uns einige junge Männer. Ihre Gesichter dürfen wir nicht zeigen. Wir filmen heimlich. Mitarbeiter einer lokalen Menschenrechtsorganisation haben für uns ein Treffen mit Arbeitern arrangiert. Sechs Tage in der Woche montieren sie Mobiltelefone in den Fabriken von Nokia und Motorola. Wir wollen von ihnen erfahren, unter welchen Arbeitsbedingungen sie hier in Indien Handys herstellen. Handys, die unter anderem in Deutschland zu Schnäppchenpreisen angeboten werden. Die Arbeiter haben Angst. Sie wollen anonym bleiben. Einer spricht schließlich doch mit uns. Ich verdiene bei Nokia 60 Euro im Monat. Zurzeit gehen die Lebensmittelpreise fast täglich hoch. Wir sparen, wo es geht, um über die Runden zu kommen, aber unser Lohn reicht einfach nicht aus. Die sechs Millionen Metropole Chennai ist das neue Zentrum der Elektronik. Die Elektronikbranche in Südasien. Von hier aus werden Mobiltelefone in die ganze Welt geliefert. Produziert wird in einer Sonderwirtschaftszone. Internationale Unternehmen bezahlen hier zehn Jahre lang keine Steuern. Strom und Wasser bekommen sie zum halben Preis. Streiken ist verboten. Und die Arbeitslöhne sind noch niedriger als in China. Den Unternehmen winken glänzende Profite. Überall in der Stadt Firmenbusse mit Arbeiterinnen und Arbeitern. 7500 junge Frauen und Männer arbeiten alleine bei Nokia. Sie verdienen durchschnittlich zwei Euro am Tag. Das reicht gerade, um für eine Person das tägliche Essen zu kaufen. Das Handy gehört auch in Chennai zum alltäglichen Straßenbild. Indien ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Trotzdem leben rund 440 Millionen Inder in absoluter Armut. Sie haben weniger als einen Euro pro Tag zum Leben. Die Arbeiter bei Nokia und Motorola liegen mit ihren Löhnen zwar darüber. Aber auch sie verdienen nicht mehr als die Obstverkäufer auf der Straße. Hungerlöhne und keine Gewerkschaften. Wie erklären das die Handyhersteller? Von Motorola erhalten wir erst gar keine Antwort auf unsere Nachfragen. Immerhin Nokia antwortet uns. Die Arbeiter der Fabrik in Chennai werden gut bezahlt. Weit über dem Mindestlohn. Ob die Arbeiter eine Gewerkschaft gründen wollen, müssen sie selbst entscheiden. In der Fabrik in Chennai haben die Arbeiter das bisher noch nicht getan. Priti Viraj, der Leiter der Menschenrechtsorganisation Care Trust in Chennai, berichtet über ganz andere Erfahrungen. Angenommen, jemand würde versuchen, hier eine Gewerkschaft zu gründen, dann könnte es passieren, dass jemand angeheuert wird, um einen zu bedrohen. Die Unternehmen hier führen sich auf wie die Herrscher dieser Gegend. Es gibt keine Rechtsverbindlichkeit für sie. Sie machen, was sie wollen. Was würde passieren, wenn die Unternehmen wüssten, dass sie mit ausländischen Journalisten sprechen? Es kommt drauf an. Wenn wir ihre Praktiken offenlegen, dann werden sie versuchen, uns unter Druck zu setzen. Mit welchen Mitteln denn? Diese Unternehmen sind zu allem fähig. Zum Beispiel auch zu körperlichen Attacken. Das ist der Grund, warum hier noch niemand versucht hat, eine Gewerkschaft zu gründen. Zusammen mit Priti Viraj sind wir am nächsten Abend bei den Arbeitern zu Hause eingeladen. Es ist drückend heiß. Zu siebt wohnen sie hier. In einem einzigen Raum auf nur zehn Quadratmetern. Die jungen Männer haben keinen Vertrag bei Nokia und Motorola. Sie sind Leiharbeiter. Zu ihrem Schutz haben wir versprochen, ihre Gesichter unkenntlich zu machen. Priti Viraj berichtet, dass sie vom Land hierher gekommen sind. Von der Ernte dort können sie nicht mehr leben. Einer der Leiharbeiter zeigt uns seinen Lohnzettel. Trotz seines Schulabschlusses verdient er nur 1,80 Euro am Tag. 3.600 Rupien im Monat. Seine Familie im Dorf kann er davon nicht unterstützen. Die meisten von uns haben bei Nokia angefangen, weil sie dachten, dass es eine gute Firma ist. Und sie dadurch eine bessere Zukunft haben. Aber jetzt merken wir, dass es eine Sackgasse ist. Unsere Schulbildung nutzt uns nichts. Das Wichtigste wäre, mehr Lohn zu bekommen. Wir drucken Handy-Platinen. Dabei atmen wir giftige Dämpfe ein. Das kann Krebs auslösen. Haben Sie Kollegen, die Krebs bekommen haben? Krebs? Ja, es gibt Leute, die krank wurden und zum Arzt gegangen sind. Er hat sich nach ihrer Arbeit erkundigt. Und als er erfuhr, dass sie in der Abteilung für elektronische Fertigung arbeiten, hat er festgestellt, dass die Leute vom Einatmen der giftigen Dämpfe Krebs bekommen können. Haben Sie Angst, Krebs zu bekommen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen diesen Job machen, um zu überleben. Giftige Dämpfe, Dumpinglöhne und bei Krankheit, Lohnabzug oder Rausschmiss. Dies berichten die Arbeiter. So langsam verstehen wir, warum wir keine Dreherlaubnis bei den Handy-Produzenten bekommen haben. Der einzige Luxus, den sich die jungen Männer leisten, ist eine Musikanlage. Das ist eine Musikanlage. Wir fragen uns, warum ein Unternehmen wie Nokia mit einem ausgewiesenen Jahresgewinn von 5 Milliarden Euro im Jahr 2008 nicht gerechtere Löhne bezahlen kann und warum es keine Gewerkschaften gibt. Priti Viraj möchte noch einmal in Ruhe mit uns reden. Im Tempel von Kanchipuram finden wir eine ruhige Ecke ohne neugierige Zuhörer. Um eine Familie ernähren zu können, sollte der Lohn mindestens 3,60 Euro am Tag betragen, auch um etwas sparen zu können. Die Löhne, die jetzt gezahlt werden, das ist Ausbeutung. Diese Unternehmen machen eine Menge Geld mit großen Stückzahlen. Sie sollten so etwas wie soziale Verantwortung zeigen und einen Teil ihres Gewinns in das Wohlergehen ihrer Arbeiter stecken, indem sie die Löhne erhöhen. Am nächsten Tag haben wir einen Termin mit einem Gewerkschafter, ganz am anderen Ende der Stadt. Die Gewerkschaft CITU ist eine der größten Indiens. Vor allem Arbeiter aus kleinen Betrieben und aus den Bereichen Transport und Elektrizität sind ihre Mitglieder. Bisher profitiert nur eine Minderheit vom Wirtschaftsboom. Sie bezahlen die niedrigsten Löhne, ob Hyundai, Ford oder Nokia. Bisher profitiert nur eine Minderheit vom Wirtschaftsboom.